Hallo und herzlich willkommen, Freunde des Imperiums, mein Name ist Christon. Dies ist ein neuer Vlog-Eintrag für Forge of Empire, Christons Gedankenwelt. Ja, hier beschäftige ich mich immer mit irgendwelchen Themen rund um das Spiel und möchte ein bisschen mehr ins Detail gehen und euch an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Also diejenigen, die die Erfahrungen noch nicht gemacht haben vor allem. Oder diejenigen, die die Erfahrungen gemacht haben, können dann gerne ihre noch in den Kommentaren beitragen oder sich sicher fühlen, irgendwie vielleicht denken, ja, sehe ich aus so oder nee, sehe ich nicht so. Wir können das gerne auch in den Kommentaren oder in einem Update-Video dann, in dem ich mich dann korrigieren muss, weil dann die Sachen doch anders sind. Ja, können wir das ausdiskutieren. Bisschen, dass ich das Video wieder lösche. Ja, worum geht es heute? Es geht um das Thema, das viele beschäftigt, wenn sie in die Jahrhundertwende wechseln, und zwar zweispurige Straßen, was ja auch die Überschrift schon verraten hat. Und meist trauen sich die Leute nicht in die Jahrhundertwende, weil sie denken, oh Gott, jetzt geht das mit den zweispurigen Straßen los. Jetzt muss meine Stadt ganz anders umgebaut werden und sie wird nicht mehr funktionieren. Und es funktioniert überhaupt nicht mehr. Deshalb möchte ich mir heute dieses Thema vornehmen und euch ein wenig beruhigen. So dramatisch ist das mit den zweispurigen Straßen gar nicht. Denn im Grunde genommen, ja, da ist für mich weniger mehr die Auflage. Ja, also einfach so. Das ist nicht so schlimm, wie es sich vorher vielleicht anhört. Ich werde euch heute zeigen, worauf es ankommt und worauf ihr achten könnt. Und ihr könnt sogar eine Stadt aufbauen, in der ihr weitestgehend auf zweispurige Straßen verzichten könnt. Wenn ihr mutig seid, könnt ihr sogar die kompletten zweispurigen Straßen fast komplett ignorieren. Naja, weiß ich nicht, ob es geht. Okay, naja, da kommen wir dann später noch dazu. Wofür braucht man die überhaupt? Wann braucht man sie nicht? Okay, ihr seht bei mir, wenn ihr meine Stadt anseht, die wird da unten nicht viel anders aussehen. Ich habe hier einen zweispurigen Straßenzug in der Mitte. Und ansonsten lebe ich eigentlich von den kleinen Straßen. Denn zweispurige Straßen, das ist der erste Tipp, den ich euch geben möchte, sind wirklich nur für die Gebäude notwendig, die auch zweispurige Straßen brauchen. Ich sehe viele Spieler oder viele Städte, in denen fangen die Leute ein, einfach alle Straßen auf zweispurig zu legen. Aber, das sage ich gleich dazu, würde ich nicht machen, weil das ist einfach nur Platzverschwendung. Ich gehe mal kurz ins Baumenü und möchte euch hier unten in dem Bearbeitungsmodus möchte ich euch hier unten noch ein paar Sachen zeigen. Oder da unten. Mir wurde gesagt, ich soll nicht hier unten sagen. Also, naja, aber hier ist es ja klar. Da müsst ihr mal hinschauen. Also in der freien Fläche möchte ich euch einfach mal zeigen, was zweispurige Straßen, da nehme ich mal hier ein paar raus, für Besonderheiten haben. Natürlich könnt ihr nicht zweispurige Straßen hier in der Mitte bauen und sagen, okay, das funktioniert. Also, warte mal, ich nehme mal das da weg und das da weg. Also, ihr könnt jetzt nicht hier jetzt zweispurige Straßen hinsetzen, so, eine einspurige und dann mit den zweispurigen loslegen. Die zweispurigen Straßen müssen leider Gottes am Rathaus beginnen. Also, das heißt, ihr müsst die Straße, die ihr habt, definitiv am Rathaus beginnen. Denn ihr seht, ihr könnt das hier über so eine Ecke lösen. Viele machen das hier vorn gerade zu. So war das bei mir auch lange Zeit. Das ist ein bisschen bei euch, kommt es auf den Bauern. Wenn ihr eure Stadt eine andere Ausdehnung habt, geht sie vielleicht in diese Richtung. Ja, das Prinzip ist das gleiche. Vermeidet Ecken solche Geschichten. Ja, und ein Prinzip, das bei den zweispurigen Straßen auch noch hinzukommt, ist, ihr könnt, ich setze die mal da hin, ihr könnt sie leider nicht so über Eck bauen. Also, das funktioniert nicht. Also, dass sie sich sozusagen an einer Fläche berühren. Es geht nur so, dass sie sich an zwei Flächen berühren. Und jetzt würde man natürlich sagen, wenn ich die jetzt hier hinsetze, dann würde sie ja auch wieder an zwei Flächen, auch das geht nicht. Also, es muss immer ein Viererfeld an ein Viererfeld angrenzen. Alles andere funktioniert leider nicht. Ja, das ist so ein bisschen, erst einmal das, was ich dazu sagen möchte, zu den zwei Spuren, also, worauf ihr achten müsst. Das klingt jetzt banal, aber ihr werdet feststellen, ah, ärgerlich, wenn man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel, das jetzt gerade nicht, ach, die sind alle so symmetrisch, okay, ja, nehmen wir mal an, ach, manu, also, nicht, dass ihr jetzt denkt, oh mein Gott, jetzt reißt ja hier seine ganze Stadt ab, nehmen wir mal an, ihr habt jetzt hier dieses Gebäude stehen und wollt jetzt die zweispurige Straßen hier daneben umführen, dann funktioniert das eben einfach nicht. Das ist das Problem dabei. Also, ja, ihr müsst dann sozusagen eins weitergehen und habt dann hier eine Lücke. Das muss man manchmal hin und wieder ein bisschen bedenken, dass es eben, blöderweise funktioniert das jetzt halt bei mir hier gerade so, ne, also, dass ich hier jetzt gerade keine Lücke habe. Was ihr aber machen könnt bei den zweispurigen Straßen, dazu scrolle ich jetzt doch mal eins ein bisschen nach unten, und ich hoffe, das Bild wird jetzt nicht zugrischlich. Was ihr machen könnt, ihr könnt an die zweispurigen Straßen einspurige anschließen, das funktioniert auch, und dazu nehme ich mal den kurz nach da, ähm, den brauchen wir gleich. Also, ihr seht, ihr könnt hier einspurige daran anschließen, und das funktioniert dann auch. Die könnt ihr natürlich da anschließen, wo ihr wollt, also, ob da oder da oder so, das spielt dann für die Einspurigen natürlich keine Rolle, ne. Ja, und jetzt ist halt der Punkt, ihr seht schon an diesem Gebäude, Gebäude an zweispurigen Straßen müssen natürlich nicht komplett über die ganze zweispurige Straße anliegen, sondern wie gewohnt könnt ihr bei dem Gebäude, wie jetzt bei diesem hier zum Beispiel, habe ich nur diese kleine Ecke hier, äh, und dadurch ist es mit der zweispurigen verbunden, und es ist durch, äh, es funktioniert, ja. Also, auch das solltet ihr vielleicht ein bisschen auf dem Schirm haben. Also, ihr müsst jetzt nicht hier die zweispurige Straße bis ans Ende ziehen, nur damit der hier schön an der Seite liegt, oder hier eine Ecke rumbauen, oder so, oder sonst irgendwas. Ja, es reicht sozusagen ein Anschluss für die zweispurige Straße. Das funktioniert definitiv. Okay, ja, das ist so ein bisschen erst einmal grundlegend, auch zum Baumechanismus und zum, wie man sie anlegt. Ähm, ich habe, wie gesagt, hier nur diesen einen Straßenzug, und da kommen wir jetzt, ich breche das mal ab, ähm, kommen wir jetzt zu der Frage, wann braucht man die und wozu braucht man die überhaupt? Im Grunde genommen, ähm, habt, äh, gibt es ab der Jahrhundertwende, ähm, gibt es, war das die Jahrhundertwende, glaube ich, ähm, gibt es ab da an, oh, jetzt hoffe ich erzähle hier nichts falsch mit dem Jahrhundertwende, ich bin gerade in der Postmoderne, das ist nicht definitiv der Fall, ähm, gibt es so mehr oder weniger ein paar Produktionsgebäude, die diese zweispurige Straße, ähm, äh, ein paar Gebäude, die diese zweispurige Straße brauchen. Das sind besonders, nicht alle, sage ich gleich dazu, die Militärgebäude, ähm, ja, der, ähm, jetzt sieht man, ja, witzig, ne, der braucht noch nicht mal einen Anschluss für eine zweispurige Straße. Na was, ein, äh, äh, wieder was für mich dazugelernt, ähm, der braucht das, also ihr seht es dann hier unten, der braucht das, der braucht es nicht, und der braucht das zum Beispiel, ne, also ihr seht hier, hier kann ich jetzt auch nochmal hinten schauen, ähm, Jahrhundertwende, genau. Also, in der Jahrhundertwende, äh, die Geschützfabrik braucht es zum Beispiel nicht, äh, die Panzerfabrik braucht es, Panzerwagenfabrik, Rekruten, links braucht es wieder nicht, ja. Also, achtet darauf, brauchen die das wirklich oder brauchen sie es nicht. Denn es ist nun mal so, ähm, was ich vorhin schon sagte, legendäre Gebäude, ähm, Eventgebäude, also hier, ne, die Arche, oder was auch immer, jedes, kein legendäres Gebäude braucht eine zweispurige Straße. Ferner brauchen auch die ganzen, ähm, ähm, Setgebäude, wie jetzt dieses, das hier oben, das, äh, Gartenset oder Piazza oder was auch immer, ihr für Setgebäude habt, auch die brauchen keine zweispurige Straße, ähm, also Eventgebäude nicht, und Spezialgebäude, wie, äh, der Schrein des Wissens, brauchen auch keine zweispurige Straße, ja, oder wenn ihr in der Gildenexpedition sowas wie Stammesplätze haltet, all das braucht keine zweispurige Straße. Also braucht ihr wirklich nur zweispurige Straße dann bauen, wenn es für eure Gebäude notwendig ist, und das heißt vor allem für mich Militärgebäude, Gütergebäude und, äh, also Militärgebäude, Gütergebäude, Vorratsgebäude und, ähm, ähm, am Anfang auch Wohngebäude. Und da ist es, ähm, gehe ich jetzt mal hier raus und möchte mit euch dann noch so ein paar kleine Details, äh, besprechen, aber ihr seht, bei mir sind das hier, also das ist Militärgebäude, das hier sind Gütergebäude und das ist nochmal Militärgütergebäude und das sind hier die Vorratsproduktionen zum Beispiel, ja. Mehr braucht diesen Anschluss hier nicht und deshalb geht der eben auch nicht weiter. Der braucht den ja noch nicht mal. Wow. Hm, das eröffnet Optionen, den vielleicht doch an eine andere Stelle zu stellen. Na, mal schauen. Hm, das überlege ich mir dann gleich nochmal nach dieser neuen Erkenntnis. Ja, da muss man halt, seht ihr, du kennst die Disky-Mos, im Lehren lernen wir. Also, hab ich noch was dazu gelernt. Ach, schön. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen das und jetzt gehe ich mal hier, hier hin und möchte euch eben zeigen, in den Produktionsgebäuden der Jahrhundertwende, dass zum Beispiel die Rinderfarm das nicht braucht, die Lampenfabrik braucht es nicht, die Autowerkstatt braucht es und die Delikatessenladen braucht es auch nicht. Also, einzige, die ich hier brauche, ist die Autowerkstatt und da seht ihr schon, ich bin zum Beispiel durch die Jahrhundertwende sehr gut gekommen ohne Autowerkstatt. Ich habe nur Lampenfabrik. Gut, ich vergebe mir 7 pro Feld, was ja 7 mal, also 18, das sind halt knapp 140, die ich mir hier insgesamt vergebe. Aber ich sage mal so, mit 5, 6 Lampenfabriken, ähm, ich glaube, also ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man da eine Weile verbleibt, etc., hat man eigentlich mit Vorräten keine große Schwierigkeit mehr. Also, da reicht die Lampenfabrik definitiv aus, um die Vorräte zu bekommen, die man braucht. Also, wenn ihr mit Vorräten ein Problem habt, dann solltet ihr überlegen, die Autowerkstatt zu bauen, aber ob ihr, sage ich mal, jetzt gelevelt, also mit allmöglichen Boosts, nehmen wir mal an, die Lampenfabrik produziert, in einem Tag, ich glaube, 40.000 Güter oder so und die Autowerkstatt produziert am Tag 50.000 Güter oder 55.000, das macht zwar schon eine ganze Menge aus, aber, also, ne, nach hinten raus, aber, ich muss ehrlich sagen, ich habe mehrere, ich habe über 50 Millionen Vorräte und man macht es mit, ja, aber ich glaube, so langsam klärt sich das Ganze ein bisschen auf, dass man das Ganze hier nicht mehr so wirklich, wirklich, wirklich braucht, ja, also, ich mache die auf ein Tagesproduktion, ja, das ist ja, weil ich so nur noch einmal am Tag einsammeln muss, das müsst ihr halt sehen. Also, ich bin deshalb sehr gut mit der Lampenfabrik durchgekommen, brauchte die Autowerkstatt nicht und in der Moderne verhält es sich so, da kann man dann die Flugzeugfabrik einsetzen, ja, man kann aber auch den Hutmacher einsetzen, den würde ich nicht mal einsetzen, weil da ist die Lampenfabrik ja wieder besser, also 84 pro Feld, ne, ähm, gegenüber dem Hutmacher, ähm, der hat noch wesentlich weniger Einwohner, also, sein Vorteil, ja, ähm, also, aber ab hier an wisst ihr eigentlich, wie der Hase läuft und eigentlich ist es so, und da möchte ich, muss ich jetzt mal kurz zu den Wohngebäuden rüber gehen, weshalb, äh, ich, sozusagen meine Straße ein bisschen länger ist, das, was ich nämlich in der Jahrhundertwende gebaut habe, sind die Hochhäuser. Einfach deshalb, weil ich ja immer auf die 24-Stunden-Produktion gehe, und die brauchen die zweispurige Straße, um entsprechend, ähm, Einwohner zu liefern, das heißt, bei mir war es so, dass ich die Lampenfabrik an eine normale Straße gesetzt habe und die Hochhäuser an die zweispurige Straße, und da haben, glaube ich, sechs, sieben oder acht Hochhäuser definitiv ausgereicht, äh, äh, um, äh, das Ganze zu schaffen, und, ähm, das heißt, im nächsten, ähm, also, in der Moderne, dann habe ich das Vorstadthaus gebaut, und ihr seht, das Vorstadthaus braucht wieder nur die normale Straße, ja, also das hat die Hochhäuser ersetzt, und das braucht die normale Straße, das heißt, hier konnte ich dann, also während hier die Hochhäuser an der zweispurigen Straße anlagen, ähm, in der, ähm, Jahrhundertwende, und, ähm, die Güterproduktion, also Lampenfabrik eben nicht, ist es hier so, dass dann die modernen Häuser nicht anlagen, aber dafür die Flugzeugfabrik, also, ja, also da habe ich dann sozusagen genau umgedreht, das Ganze gemacht, aber das eines von den beiden, was ich baue, eben daran hängt, und das andere eben nicht, und damit bin ich bisher, sehr gut gefahren, ähm, ja, man kann natürlich, wenn man hart am Limit kämpft, immer noch zwei, drei, äh, Vorräte pro irgendwas rausleiern, aber, ich weiß nicht, durch Schleifenquests, durch Gildenexpeditionen, durch Eventgebäude, durch alles mögliche, bekommt man eigentlich, meines Erachtens, sollte man, sollte sich mittlerweile dieses Problem für euch eigentlich, äh, also, wenn ihr Vorrats, äh, in der Jahrhundertwende seid, und ihr habt, äh, Vorrats- und, ähm, Münzmangel, dann, müsst ihr irgendwie mal in eurer Stadt schauen, was ihr da grundlegend falsch macht, also, oder ihr macht einfach, ihr habt bisher wirklich so hart am Limit gespielt, dass ihr einfach auch keine, euch keine Zeit für, äh, sag ich mal, so ein bisschen so pausieren genommen habt, um eure legendären Gebäude aufzubauen, ja, dann macht ihr einfach ein bisschen Pause, und da werdet ihr sehen, hat man durch die Flugzeugfabrik eigentlich relativ zügig mehrere Millionen an, oder, ähm, bei euch dann vorher, ähm, durch die Lampenfabrik eigentlich mehrere, ich hatte, äh, mehr, ich hatte glaube ich acht Stück oder so, mehrere Millionen an Vorräten relativ zügig zusammen, und sollte da eigentlich auch nicht mehr in Schwierigkeiten kommen, ja, also, das so ein bisschen dazu, was ich da eben sagen wollte, setzt diese Straße nicht einfach zu viel ein, also, ähm, da gehe ich mal wieder ins Spiel zurück, um euch das auch nochmal kurz zu zeigen, ähm, setzt diese Straße wirklich nur ein, soweit ihr sie braucht, also, wo man eben nicht vorbeikommt, sind die, ähm, ja, sind die, jetzt muss ich hier mal nachgucken, äh, die Güterproduktion, deshalb, für die Güterproduktion ist das natürlich wichtig, dass ihr zweispurige Straße habt, wenn ihr die anders kompensieren könnt, braucht ihr nicht mal eine zweispurige Straße, wenn ihr, äh, ne, wie ihr seht, ihr könnt Militär bauen, ein bisschen, und ihr könnt Güterproduktion, ihr könnt ja auch Güter über Stammesplätze oder solche Sachen einnehmen, ne, oder hier, ähm, Schlittenbauer, wer weiß, worüber ihr eure Güter jetzt bekommt, dann müsst ihr noch nicht, oder über Schleifenquests, also diese Quests, diese sich wiederholenden Quests, ähm, mit dem Chateau Frontenac machen auch viele, also da müsst ihr gar keine Güterproduktionsgebäude mehr bauen, sondern dann lasst ihr das einfach über andere Sachen, und dann reduziert sich die zweispurige Straße noch weiter, ja, und dann braucht ihr vielleicht gar keine, wenn ihr auf den Rest einfach weitestgehend verzichten könnt, also das ist so ein bisschen das, oder ihr habt, ähm, ja, denn das Problem an der zweispurigen Straße ist, äh, sie bietet hier null Zufriedenheit, also bei euch in der Jahrhundertwende, und ab hier dann 60, klingt erstmal viel, ja, 60, auf vier Felder sind das 15 pro Feld, ja, jetzt gehe ich mal auf hier die Kolonialzeit, äh, die einfache, das sind schon 25, ja, aus der Kolonialzeit stammt, oder hier, die einfache Straße des Industriezeitalters, plus 30, ja, das heißt, äh, hier habt ihr schon das Doppelte von dem, äh, was hier geboten wird, hier die Allee hat plus 40, ups, und wir gehen jetzt mal bei mir, also der Gehweg, der Normale hat plus 45, und der Boulevard hat plus 20, ja, das ist, achso, das hier, das hier war ja das Ding, also das heißt, ihr habt hier plus 20, das heißt, ihr macht 5 Zufriedenheit, hier pro Feld, und hier 45, das heißt, ihr verliert pro zweispuriges Straßenfeld sozusagen 40 Zufriedenheit, mehr oder weniger, also ihr könnt auch sagen, das ist minus 40, ja, und von daher lohnt es sich letztendlich nicht, also, ähm, ist die zweispurige Straße wirklich etwas, das man nur einsetzen sollte, wenn man es für den Aufbau von Gebäuden braucht, ja, wenn es die eigene Strategie zulässt, braucht ihr die vielleicht gar nicht, ähm, ich baue immer noch Güterproduktion, sage ich mal so, ähm, ne, also hier, um auch eine gewisse Sicherheit dieser Produktionssachen zu haben, aber, ähm, es ist am Ende so, nicht mehr so, dass man jetzt wirklich, äh, und, also für mich ist es vor allem für die militärischen Gebäude, äh, die ich da habe, und hier für die Vorrats- bzw. Wohngebäude, also es ist nicht so schlimm, und meist hat man, also ich habe wirklich nur diesen einen kurzen Straßenzug, und der Rest sind dann normale, ja, das ist eigentlich schon das, was ich sagen wollte, vermeidet diese Straße weitestgehend, also, und fühlt euch nicht gehemmt, einfach einen kleinen Straßenzug euch hinzusetzen, ähm, ähm, in irgendeiner Form, und da dann die nötigen Gebäude anzuschließen. Also ihr seht, ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist, glaube ich, die Angst vor, äh, massiven Umbauten, äh, größer als das eigentliche Problem am Ende, ja, also, das Problem ist eigentlich, ja, ist es nicht so riesig. 61 Millionen Vorräte habe ich übrigens. okay, ja, ich hoffe, es hat euch diejenigen, die sich fragen, die, ja, die sich gefragt haben, wie funktioniert das, sind jetzt ein bisschen schlauer, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in den Kommentaren, mir fällt jetzt eigentlich wirklich keine mehr ein, ähm, ähm, ja, ich wünsche euch, äh, viel Erfolg, ähm, ihr könnt euch auch fragen, also, das ist zum Beispiel etwas, das ich mich die ganze Zeit frage, ob es sich wirklich lohnt, die zweispurige Straße überhaupt auch zu upgraden, weil man dann eigentlich so wenig Zufriedenheit dazu bekommt, dass man sich die nötigen Vorräte, schrägstrich Münzen, die das Ganze kostet, eigentlich sparen kann. Also ich habe mich eigentlich immer geärgert, wenn ich das gemacht habe, habe es immer gemacht, einfach nur aus Gewohnheit, aber im Grunde kann man sich eigentlich fragen, ob das überhaupt notwendig ist, also ob dieses Upgrade jetzt zu etwas, äh, zu so bedeutsamen, schrägstrich signifikanten, äh, also zu so signifikanten, äh, ja, ähm, zugewinn an Motivation führt, also wenn ihr seht, ja, also Motivation kriegt man durch Alcatraz und Co. eigentlich wesentlich mehr, wesentlich schneller, und da kann man sich dieses, dieses Upgrade dieser Straße dann eigentlich auch noch sparen, dann tut es auch nicht so weh, wenn man die dann irgendwie abreißen muss, oder abreißen will. Ja, das soll es gewesen sein, ich hoffe, es hat euch geholfen, wenn ja, oder auch wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, wenn nicht, äh, schreibt mir in die Kommentare, und, äh, schreibt mir in die Kommentare, warum, ähm, dann kann ich es vielleicht besser machen, und ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal, es würde mich freuen, bis zum nächsten Mal, euer Christon, hier auf Feldrangir, in meiner Stadt, Christopie, oder in einer Provinz, ich weiß es nicht. ich weiß es nicht. Wie ist es? Also,